Jo, servus Leute und willkommen zu einem neuen Video, ja. Ich, ja, ihr seht zwar schon schon den Titel, äh, darfst du Exit Ghost Fumbi Shop und ich hab mir jetzt vorgenommen, also dass ich jetzt hier so, ich hab jetzt hier 250.000 Pen, ja, dann geh ich jetzt mal ein bisschen Fumbi Shop und immer wenn ich was Pen bekomme, dann stopp ich das Video und mach eine neue Folge, ja. Ja, ich bin mir aber noch unterschiedlich, was ich will, also ich will eigentlich, also, ja, gut, so, ähm, ich hab schon viel von Fumbi Pern, ja, das ist, äh, das bestreitet auch niemand, aber ich hätte vielleicht gern schon, äh, ich hab, ähm, ihr könnt ihr ja sehen, ich hab hier da eine Bombe, da eine Bombe, da eine Bombe, aber wie ihr seht, ja, plus 1, plus 1, plus 1, plus 1, alles plus 1 in die Schaubezeile. Und, ich hab zwar schon eine Sentryan plus 8 und Mindshook plus 5 und plus 3, okay, ist eigentlich dumm, weil, dass ich hier so, ja, ich bin mir nur unschlüssig, aber ich hab, äh, eigentlich wollte ich diese Hose, die ich hier schon hab, äh, in anderer Ausführung, weil die sieht so viel besser aus, find ich, oder so eine, ja. Also, werde ich jetzt mal mein Glück versuchen und mir hat auch jemand gesagt, dass, wenn man hier oben, das hier seht, ja, das sieht man, wenn es ein Ausführungszeichen kommt, dann sieht man, ob man was goldenes bekommt oder so. Also jetzt nichts, ja, versteht sich, oder? Ja, und plus 5 wäre natürlich, äh, Deluxe. Äh, plus 4, ne. Vielleicht hol ich mir auch noch ein Shirt, plus 5, weil ich, doch, ich hab eigentlich, ich hab eigentlich genug Shirts, plus 5, 4, die sind alle, plus 5, so, das hier. Also dann versuch ich mir jetzt wirklich, äh, vielleicht die Hose, ja, das sieht auch schon so, Style und so, und... Ja, die Hose hier wär nice. Die, genau, die große, so. Die wär cool. Oder natürlich so eine, boah, die wär auch nice, ja. Hm, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Von mir aus auch plus 2 oder so. Und, ja, die hab ich eh schon. Die hab ich auch schon plus... Wie seht das denn aus mit, äh, Moment, das sind ja alle plus 5, das ist voll geil. So. Die gefällt mir gar, und die hab ich nicht in so einer Ausführung schon. Aber, 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 oh, die hab ich schon wieder nicht. Ja, 30 Tage, okay. Oder mir könnte es ja auch so machen, dass ich immer so 50.000 Pen verschwende, aber das wär auch dumm. Oh, der wär die in... Nein, nein, shit. Hm, ja, komm. Hm, pff, brauch ich nicht. Jetzt aber. Und, ist er da? Nein, das ist die komische Ausführung. Hm. Hm, wie sieht eigentlich so eine aus? So eine hatte ich noch gar keine. Die wären natürlich auch nice. Ich möchte die erstmal angucken. Bevor ich hier, äh... Naja. Hm, ich hab auch hier so Bikini... Bikini-Top. Auch so, weil das ist schässlicher. Also ich hab so einen, hab ich jetzt auch in Bremen oder so. Nee, das gefällt mir nicht so wirklich. Vielleicht so. Andere Haare. Boah, das ist sexy. Oh, das ist sexy. Was für denen Haare? Nö, das sind wir. Und jetzt... Na, für die andere Schule noch. Andere Schule. Jetzt, ähm, und dann dazu die Hose. Boah, das wär nice. Das wär nice. Hm. Das wär echt nice, aber... Aha. Die hier wär auch cool. Die ist so plus 5. Das wär echt auch cool eigentlich. Die freut mir auch. Was, Alter. Ein Tag plus 5. Die hier sieht's von so. Swaggerly, mach ich so. Plus 5. Oder hier. Oh, im Blau. Komm schon, komm schon. Bitte. Bitte gib mir die. Hm. Hm. Was ist das bitte für eine hässliche Hose? Hm. 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 Dann die hier. Oder die. Nein, egal welche. Und? 15 Tage plus 5. Komm mir denn per plus 5 immer näher? Na, ist gut. Hm. Oh, ich find die Hose so geil. Diese Honey-Dingans. Die richtig... Style. Oh, boah, die hatte ich früher schon. Das, die... Boah. Oh, blablabla. Hässliche Hose. Hm. Oh, da, hier. Hier. Das, das. Ja, ja. Ich glaub, ich bekomm sie. Aber ich hoffe nicht, es ist per me. Ey, wer bis jetzt nice, ja? Und, 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 und. Da. Drei Tage plus 10, ey. Hm. 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 Ich hab schon wieder einen 9-Change drin, aber das ist auch nur... Keine Ahnung wie lang. Aber ich glaub, nicht allzu lang. Auf jeden Fall ne per. Das ist das Wichtige. Und, 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 bekomm ich... Äh, die hier. Die sieht gut aus. Das ist doch diese Eastern. Ja, die hat die auch. Wohohohohohohoho. Also Leute, hier. Plus 5 per. Mal gucken, wie der überhaupt aussieht. Mal gucken, wie die überhaupt aussieht. Ja, die sieht doch gut aus, oder? Ja, doch bestimmt auch irgendein passendes Oberteil. Ach, das hier. Passt doch. Perfekto. Perfektomatico. Natürlich, natürlich spiel ich mit Pen. Nein, halt. Da kommen die Handschuhe raus. Was sieht denn aus? So. Und jetzt. Okay. Okay. Also, bis zum nächsten Mal, Leute. Hallo rein. Ciao. Ciao. Ciao.